Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder H1 eingeschaltet haben. Heute sitzt bei mir eine Frau auf dem Sofa, eine ganz besondere Frau. Sie hat es auf ihrem außergewöhnlichen Lebensweg bis ganz nach oben gebracht. Und ich finde, gerade wir Frauen können viel von ihr lernen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Christiane von Richthofen, Geschäftsführerin von Lotto Niedersachsen. Hallo, Frau Berger. Frau Dr. von Richthofen, mal eine Frage. Haben Sie denn gestern schon mal selbst Lotto gespielt? Nein, gestern noch nicht, weil ich einfach nicht jede Woche spiele. Aber natürlich spiele ich regelmäßig, weil auch ich davon träume, den Jackpot zu knacken. Aber ich spiele vor allen Dingen auch gerne im Land oder auch in der Stadt Hannover, in unseren Verkaufsstellen, weil ich ja wissen muss, wie es vor Ort aussieht. Mein Vater hat früher immer gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und insofern denke ich, dass jetzt auch bei Ihnen die Lotto-Millionen nicht im Vordergrund stehen. Aber sagen Sie doch mal, was ist denn eigentlich für Sie Glück? Also sicher ist es schon einmal Glück, im Haus des Glücks zu arbeiten und so einen tollen Job zu haben. Aber wenn Sie mich so fragen, was bedeutet für mich persönlich Glück, ist das eine ganz auch persönliche Frage und bedeutet für mich, dass ich mit der Welt und mir selber im Reinen bin. Also ein eher inneres Gefühl, was natürlich auch oft nicht lange anhält. Ja, wir sehen Sie hier gleich auf einem Foto mit Ihrem Geschäftsführungskollegen Rolf Stüppmann. Sie waren die erste Lotto-Geschäftsführerin in Westdeutschland. 1995 sind Sie in dieses Amt berufen worden. Inzwischen ist es aber auch so, dass es in ganz Deutschland nur zwei weibliche Geschäftsführer gibt. In Mecklenburg-Vorpommern haben Sie noch eine Kollegin. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, denn Sie haben diese Karriere gemacht, obwohl Sie ganz bewusst ein Karriereknicken mit einer zwölfjährigen Pause für Familie und Kinder in Kauf genommen haben. Gibt es so ein Lebensmotto, was Sie auf diesem Weg begleitet hat? Ein Lebensmotto, ja, das gibt es. Und zwar habe ich mich immer leiten lassen von diesem tollen Spruch von John F. Kennedy, die Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und daraus ergibt sich, dass ich nach Abschluss meines Studiums und der Ausbildung einfach in den öffentlichen Dienst gegangen bin. Also ich wollte immer mich in die Gemeinschaft einbringen. Und das ist ja auch bei Lotto der Fall. Wir sind ein öffentliches Unternehmen. Ja, wir wollen mal ein bisschen über Ihr Leben reden. Aber ich denke mal, bevor wir richtig verstehen, was Sie so geleistet haben im Leben, sollten wir erst mal darüber reden, was Sie heutzutage machen. Die Leute kennen ja nun Gesichter von Lotto. Das sind die beiden Lotto-Fäen, Franziska Reichenbacher und Heike Maurer. Was macht denn aber so eigentlich so eine Lotto-Geschäftsführerin? Eine Lotto-Geschäftsführerin verkauft Träume. Denn wir sagen immer, wir haben eine Konzession für Baugenehmigung für Luftschlösser. Was ich konkret mache, ist zunächst einmal eine ganz normale Managementfunktion. Ich führe ein Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und einem Jahresumsatz von fast 700 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld. Und wir wollen sicherstellen, dass die Spielkunden in Niedersachsen sicher sein können, wenn sie bei uns spielen, dass sie seriös und sicher spielen, nicht bei den Hütchenspielern am Kurfürstendamm. Und wenn sie bei uns spielen und gewinnen, dass sie dann auch ihr Geld bekommen. Wie viele Millionäre haben Sie denn sozusagen in Ihrer Karriere schon gemacht? Also wir machen im Jahr ungefähr so fünf bis zehn Millionäre. Und man muss mal sagen, seit Einführung des Euros hat sich die Zahl natürlich halbiert. Wir sprechen deshalb jetzt von Euro-Millionären. Und im Laufe unserer Geschichte, wir sind jetzt gut 50 Jahre alt, Lotto Niedersachsen, haben wir etwa 250 Euro-Millionäre gemacht. Übrigens in diesem Jahr spielt uns die Statistik ein Schnäppchen, weil wir schon neun Euro-Millionäre haben. Also die Statistik stimmt nicht. Das ist ja eine stolze Zahl. Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie den Leuten in die Augen gucken? Das ist immer dieses, dass ich Ihnen wünsche, dass Sie mit diesem Geld behutsam umgehen, dass Sie Ihr eigentliches Leben im Prinzip weiterführen und wirklich dazu kommen, dass Sie es genießen. Darum raten wir auch immer allen, nicht so einen großen Jackpot-Gewinn an die große Glocke zu hängen, sondern möglichst das alte Leben, auch einen Beruf weiterzuführen. Weil, Sie haben es eingangs gesagt, Geld alleine macht nicht glücklich. Man soll es genießen, dass man vielleicht nicht mehr so auf den Cent schauen muss, aber man muss mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Reden wir doch einfach mal über die Leute, die das Glück verkaufen, nämlich den deutschen Lottoblock, was viele Leute nicht wissen. Sie spielen bundesweit ja einen Lottozettel, aber im Lottoblock gibt es 16 Gesellschaften für jedes Bundesland eine. Ist das eigentlich eine sinnvolle Konstruktion? Ich glaube, dass ich gar nicht darüber beurteilen kann, ob es sinnvoll ist oder nicht, weil das eine Entscheidung der Länder ist, weil es gibt in jedem Land eine solche Lotto-Gesellschaft. Und wir poolen, wie man sagt, unsere ersten Ränge, sodass wir diese tollen ersten Gewinner, die Jackpots eben, zustande kriegen. Sicher ist es so, dass wir uns und auch die Politik überleben müssen, dass wir mit Blick auf Entwicklungen zusammentun, weil wir nur so wahrscheinlich in der Welt einfach konkurrenz- und wettbewerbsfähig sind. Aber das nochmals ist nicht unsere Entscheidung, sondern die der Politik. Ich sehe ja immer wieder auf Ihren schönen Lotto-Anzeigen, die Sie ja schalten, um bekannt zu machen, dass Lotto so gut es tut, den kleinen Hinweis, Lotto macht süchtig. Und dann muss ich mich doch manchmal fragen, bei Zigaretten verstehe ich den Hinweis, beim Alkohol auch. Finden Sie diesen Hinweis nicht manchmal doch etwas sehr stark einschränkend? Ja, das ist auch eine Sache, mit der wir gehadert haben. Aber ich glaube, dass wir uns damit abfinden müssen. Und es ist für uns eine kreative Herausforderung, trotzdem noch Plakate zu machen, die auch eine positive Message haben. Und die Spielsuchtproblematik, wenn ich das einfach kurz erwähnen darf, stellt sich auch bei unseren Produkten nicht wirklich. Weil Lotto ist kein Suchtproblem und hat kein Suchtproblem, sondern Lotto ist die Lösung des Problems. So ein Jackpot ist natürlich eine ganz tolle Sache, auch wenn er dann gerade noch zweistellig ist. Trotzdem fragen viele Leute, warum werden da oben so ein großer Haufen und unten eigentlich weniger ausgeschüttet? Kann man das nicht ummodellen, dass auch die kleineren Klassen ein bisschen mehr kriegen und die Großen ein bisschen weniger? Welches Prinzip steckt dahinter? Ich hatte ja vorhin gesagt, wir verkaufen Träume. Und Frau Berger, seien Sie ehrlich, träumen Sie von 1.000 Euro. Nein, wenn Sie träumen von Geld, dann träumen Sie wirklich von einem richtig großen Gewinn. Und davon lassen wir uns leiten, weil wir wollen ja, dass die Leute bei uns spielen und auch bei uns attraktiv gewinnen können und halt nicht zu den Illegalen abwandern. Das Geschäft mit dem Glück, es ist ja wirklich auch ein Traumberuf. Aber Ihr Leben hat auch nur eine zweite Seite. Wir sehen Sie gleich auf einem Foto. Ministerpräsident Wulff überreicht Ihnen das Niedersächsische Verdienstkreuz. Das war sicher ein ganz besonderer Höhepunkt in Ihrem Leben. Aber das hatte überhaupt nichts mit Lotto zu tun, sondern mit Ihrer zweiten langjährigen Tätigkeit für den Norddeutschen Rundfunk. Vielleicht sagen Sie mal uns mit eigenen Worten, es ist ja fast ein Vierteljahrhundert, dass Sie für den NDR gearbeitet haben. Ja, das ist in der Tat ein großer Tag, wenn ich das so sagen darf, in meinem Leben, als der Niedersächsische Ministerpräsident mir diesen Orden verliehen hat. Ich habe ihn bekommen für mein Engagement im NDR, für mein ehrenamtliches Engagement im NDR. Passt genau zu meinem Lebensmotto. Ich war 23 Jahre in den Gremien des Norddeutschen Rundfunks, erst am Rundfunkrat und dann bin ich in den Verwaltungsrat gewählt worden und dort war ich lange Zeit Vorsitzende und später dann auch stellvertretende Vorsitzende und habe dort, wenn man so will, die Interessen der Allgemeinheit gegenüber der Leitung des Hauses wahrgenommen. Das war eine Sache, die mich sehr geprägt hat und um ehrlich zu sein, die mir auch großen Spaß gemacht hat. Wir sehen Sie übrigens gerade im Hintergrund auf einem schönen Foto, das ist, glaube ich, bei der Glücksspirale, da leuchtet die Million nochmal so ganz einladend. Aber da wir gerade von Geld reden, vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern mal, Sie zahlen an das Land Niedersachsen eine Konzessionsabgabe. Wie hoch ist die und was macht das Land Niedersachsen damit? Die Konzessionsabgabe ist bei uns, bei unserem Hauptprodukt, wenn ich darüber sprechen darf, Lotto 6 aus 49, 20 Prozent und die führen wir an das Land Niedersachsen ab. Wir führen insgesamt ja auch noch die Lotteriesteuer ab. Das sind immer jetzt gegenwärtig so knapp 300 Millionen Euro und davon die Hälfte etwa Konzessionsabgabe. und das Land selber hat festgeschrieben, was daraus Gutes getan wird. Das machen wir also nicht selber als Geschäftsführung, sondern das entscheidet das Land. Davon geht zum Beispiel ein bestimmter Prozentsatz an die Lotto-Stiftung und die hat gemacht, weil es sie ja nicht mehr gibt, unter dem Label Lotto-Stiftung Gutes im Land Niedersachsen im Denkmalschutz, im Umweltschutz, Kultur und Sport. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute. Viel Glück. Wir sehen uns wieder am Donnerstag in 14 Tagen. Bis dahin. Machen Sie es gut. Vielen Dank.